Hat es Wladimir Putin auf unsere Windparks abgesehen? Russische Zivilschiffe sollen seit Jahren gezielt Windräder, Gaspipelines sowie Strom- und Netzwerkkabel in der Ostsee ausgekundschaftet haben. Das hat ein Rechercheteam aus Skandinavien aufgedeckt. Russland soll dabei gezielt versuchen, westliche Infrastruktur und Militärübungsgebiete in der Ostsee zu kartieren. Das Investigativteam kommt zu dem Schluss, dass mindestens 50 russische Schiffe seit zehn Jahren systematisch Spionage betreiben. Laut anonymen Quellen soll es sich um Vorbereitungen für einen möglichen größeren Konflikt handeln. Beobachtet haben die TV-Journalisten für ihre Doku Putins Schattenkrieg unter anderem die Admiral Wladimirski. Das Forschungsschiff soll unter anderem unter Wasserinfrastruktur und mindestens zwei Übungsgebiete der schwedischen Marine ausgeforscht haben. Was denkt ihr über die Enthüllungen? Führt Russlands Präsident Putin einen Schattenkrieg gegen den Westen? Lasst eure Meinung gern in den Kommentaren da. Das ist ein Schattenkrieg. Das ist ein Schattenkrieg für ihre Doku. Das ist ein Schattenkrieg, der den таким Schattenkrieg ist. Da sind inici in den Augen der Gästeine. Das ist ein Schattenkrieg.